so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute möchte ich gerne das system jellyfin installieren auf meinem android server für diejenigen die wissen was jellyfin ist klar was schön ist für diejenigen die es nicht wissen jellyfin ist ein mediensystem und es kostenlos noch dazu erwähnt bedeutet man hat zu hause auf seinem android server jetzt ein paar filme oder fotos oder naja was auch immer und das ist dafür da dass man über das netzwerk mit dem ganzen netzwerk besser gesagt streamen kann das heißt man sitzt im wohnzimmer auf dem balkon oder irgendwo und möchte aus den filmen zugreifen da ist jellyfin behilflich jellyfin hat natürlich nicht nur eine web oberfläche sondern auch diverse apps dafür dass man dazu greifen kann man kann natürlich auch sagen wenn ich jetzt einen server zu hause habe und ich bin unterwegs kann ich auch von unterwegs auf diesen jellyfin server zugreifen und meine filme anschauen kann ich auch machen dies benötigt natürlich noch diverse andere einstellungen dass wir natürlich in fern zugriff haben aber das können wir mal separat durchgehen heute installieren einfach ganz normal mal jellyfin und wir fügen mal einen film hinzu dann schauen wir uns das mal an wie an sich das funktioniert um zum anfangen für die installation gehen wir einfach bei unserem android server auf apps und schreiben hier oben rein jelly da kommt es schon entgegen und da gibt es mehrere ich nehme hier bin hex jellyfin und tut das mal installieren dann kommt uns schon entgegen die ersten einstellungen port ist in ordnung hauspert dann belassen wir mal so anwenden so der bezieht ist natürlich erstmal alles hier und aus dem internet jetzt haben wir unsere erste installation mal fertig ja dann 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 so actions wie auf die web oberfläche so auf unserer web auf der web oberfläche kommt schon uns der installationswizard entgegen bevorzugte anzeigesprache wählen wir deutsch ok dann nächstes benötzernahme bitte wählen sie einen benötzernahme für den administrator account schreibe jetzt mal hin passwort vergeben vergeben wir mal ein passwort dann nächstes so jetzt möchte er von uns neben den bibliotheken das aber mal schauen wir mal tun wir mal typ des inhalts filme und sehr genannte ja filme ok verzeichnisse ich habe jetzt auf meinem android schon ein verzeichnis erstellt gehabt das nennt sich media da muss da sieht man schon da habe ich mal zu testwerken auch schon mal einen film reingesetzt ok bibliothekseinstellungen bevorzugte sprache für download deutsch das kann man so je nachdem machen wie man das gerne möchte hier hat er zum beispiel den metadaten dienst bei jellyfin ist es nämlich so wenn ihr einen film hinzufügt hat sie auch die möglichkeit dass der bezüglich diesen film auch die metadaten über das internet zieht bedeutet welcher schauspieler ist damit bei oder um was geht es da die beschreibung des filmes der regisseur je nachdem kann man machen hier steht zum beispiel drauf metadaten automatisch aus dem internet aktualisieren niemals alle 30 tage je nachdem ich mache es ja niemals das für testzwecken brauchen wir das eigentlich gar nicht bildquellen macht er auch das bedeutet wenn ihr den film da rein setzt dann tut ihr zum beispiel das kauer image das bezieht er aus dem internet auch also je nachdem welchen film ihr hat er zieht das kauer auch mit drunter kapitel bilder kann man auch machen das brauchen wir allerdings nicht okay dann nächstes metadaten sprache das ist die sprache für die beschreibung der filme das machen wir natürlich auf deutsch land germany nächstes fernzugriff konfigurieren also externe verbindung auf diesen server zu lassen das sagen wir mal mit ja weil wir möchten ja irgendwann einmal auch auf diesen server mit unserem handy zugreifen wenn wir unterwegs sind möchten wir mit unserem Handy machen wir die app auf und schauen uns unsere filme die zu hause auf unserem server sind dann das belegen lassen wir das so dann nächstes du bist fertig Dankeschön und fertig so jetzt sind wir hier drauf jetzt tun wir uns mal einloggen das passwort aber jetzt ein falsches passwort angegeben ja jetzt hat man sieht ich habe hier den film wir schon drinnen gehabt das sieht man hier freigaben da habe ich meinen medien ordner der ist öffentlich und da hatte ich halt den film schon mal hier rein gerippt also ich habe die dvd die habe ich einmal abgerippt und hier reingesetzt und das kann man immer hier machen wenn man möchte geht auch je nachdem wie man das will man kann diesen ordner ja auch freigeben im netzwerk und wenn man auf seinen pc jetzt zum beispiel dvds runtersetzt oder die kopien hat oder videos von sich hat von seiner action kamera oder aufnahmen die kann man hier alles reinpacken man kann ja auch mehrere ordner anlegen also es muss ja nicht unbedingt ein ordner sein man kann die ordner auch sortieren man kann sagen urlaub 22 hier in ordner setzen mit bildern und dies und das das geht alles da ich das jetzt schon mal gemacht habe sieht man das hier ist schon hier drinnen so da sieht man auch ich habe jetzt bei mir diese ganzen beschreibungen hier oder die bilder gar nicht gehabt das ist das war ja ganz einfach zeige ich mal hier drinnen da sieht man da habe ich eigentlich nur die filmdatei mehr habe ich da nicht drinnen aber jellyfin ist so schön er bezieht das kauer komplett das ja die die zeit fsk sogar die ratings ja die beschreibung generous autoren spieler alles hier ist ein kleiner ausschnitt sogar audio und was haben wir hier trailer markieren als gesehen favorit wenn man auf play drücken sollte er eigentlich auch direkt abspielen ja nicht schlecht macht er ja so vergrößern wenn man will hauben button da sieht man alles wieder hier so wir haben jetzt hier nur eigentlich einen ordner angegeben bezüglich filme man kann das natürlich auch dann ändern muss ich mal gucken mit der daten uns nicht mit daten die einstellungen hier administration übersicht sieht man hier natürlich erstmal alle daten alle einstellungen die aktive geräte bibliotheken da kann man natürlich an die ordnung mehr und mehr und mehr merken je nachdem wie man das möchte hier haben wir die geräte aktivitäten wer was hat angeschaut live tv gibt es auch kann man auch hinzufügen wenn man möchte digitaler recorder ok das ist neu netzwerk api schlüssel plugins hat er auch sieht man ja mal sehen was er hier drin zum bieten hat da sieht man ja die ganzen verbindungs plugins metadaten wo er die daten runterziehen könnte ja eigentlich schon sehr übersichtlich gut das ist eigentlich schon alles bezüglich jellyfin ganz einfach und sage ich mal gar nicht mal so kompliziert jellyfin ist ja auch wie gesagt kostenlos von dem her kann man das gerne mal machen ich persönlich benutze es nicht ich brauche es jetzt nicht ja ich habe jetzt keine allzu viele filme hier auf dvd noch mittlerweile ist ja alles online bei netflix und co allerdings ist sowas natürlich auch schön wenn man sehr große sammlungen hat zum beispiel fotos vom urlaub oder allgemein überhaupt fotos filme die man selber gemacht hat oder filme vom urlaub oder filme von ich weiß nicht von hochzeiten kindergeburtstag und 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 das kann man alles hier natürlich auch mal drauf setzen hat man seinen eigenen medien server zu hause alles machbar ja das war es eigentlich auch schon mit jellyfin und 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 für fragen gerne in die kommentare schreiben und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja einfach mal ein like da lassen vielen dank und einen schönen abend wünsche ich euch damit ja 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 Vielen Dank.